Und ja, der Friedhof hier ist schon mal etwas größer. Und ja, der Friedhof ist schon mal etwas größer. Okay, noch mehr Gerippe. Noch mehr Wasserelementare zum... Was willst du? Ach, du bist ein Gerippe, was beschleuchtet. Ich glaube, wir benutzen etwas stärkeres mal auf dich. Wo sind meine Kraftgeschosse? Die sind hier. Die machen aber auch nicht mehr Schaden. Wie kann ich in Ordnung? Ich höre. Ich habe hier erstmal wieder Aufklärung gefragt. So, was ist geschehen? Würde ich mal sagen. Dein Befehl vorwärts. Was, wenn es dein Wunsch ist? Ja, weiter. Was ist in Ordnung? So, holen wir erstmal die Dame aus. Man merkt aber auch, hier sind die Gegner teilweise intelligenter als Hauptspiel zum Beispiel. Da konnte man ja teilweise aus einem Raum Gliedner einzeln rauspullen. Haben wir, glaube ich, am Anfang sehr gut nicht demonstriert, als wir den Oger mit seiner gesamten Armee rausgepullt haben. Oh, und Tote. Kalte Knochen und ein Knochen-Aasgeier mal wieder. Vereiste Knochen. Ja, das Untote-Vertreiben ist jetzt sehr mächtig geworden. Ja, es soll geschehen. Weil sie kann damit jetzt Gegner töten. Okay, die droppen auch nichts Besonderes. Kann ich helfen? Hier? Ist die Frage dieser Knochen-Aasgeier. In Ordnung. Wie kann ich helfen? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Okay, sie ist, glaube ich, jetzt ein bisschen betäubt. Dein Befehl in Ordnung. Brauchst du sehr gut. Wie lautet deine Aufgabe? Hier? Vorwärts, zum Sieben! Ah! 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 Okay, die kann ich leider nur vertreiben, was ungünstig ist. Sag, was es soll geschehen! Weil ich damit auch in andere Sachen reinrenne, die dann... Mögen die Götter euch gnädig sein! So, was gibt es hier in den Leichen, bitte? Ein Stab, den ich eigentlich nicht will, weil ich ihn genau erkenne. Die Zauberfalle... Und absolute Immunität. Absolute Immunität ist eigentlich gar nicht mal schlecht gewesen, oder? Nur von magischen Waffen plus fünf oder besser verwundet werden. Ist zwar äußerst mächtig, hat dafür aber nur eine sehr geringe Wirkungsdauer. Ja. Also eigentlich gerade damit der Zauberer in Wahlkampf bedrängendes Gerät. Ein Kettenhemd, Geld und... Sieht mal wieder aus wie ein Schutz. Das Amulett nur. Ja. Dass keiner tragen kann. Außer er, aber er trägt bereits eins. Nein, das ist nur das... Das ist ein Symbol von Larel. Getnap plus zwei, das kann verkauft werden. Dein Befehl gewiss. Ist etwas nicht in Ordnung? So, jetzt sollte geheilt werden wieder. Noch haben wir ja genug Heilung. Wieder. Mordes. So, ich weine ja mal Hände auf. Wieder. Mordes. Mordes. Und wieder. Mordes. Also jetzt hast du keinen von denen mehr, du nimmst einen besseren. So, die sind jetzt auch aufgebraucht, da ist wieder so ein kaltes Skelett. So, da ist noch so ein Gerüppefresser. Da ist nur Geld drin gewesen. Und zwei Edelsteinchen. Wir bräuchten eigentlich auch gar kein Geld mehr bei dem Geld, was wir haben. Nein, wie viel? Weiter! Melden die Götter nicht schützen! Ich mache so schmerzlos. Okay, jetzt müssen wir uns bald noch zurückziehen. Wobei es sieht langsam so aus, als ob sie hier Pulver verballert hätten. Schlag dich in den Stecker! Furchte! Ich hatte Servis! Ja! Furchte! Was hast du von mir wehnt? Neue Erlebnisse verwehrt! Wie kann ich helfen? Ich bin hier! Pass mal auf! Euer Ember! Ich brauche Heilung! Dein Gefähl! Wo ist mein letzter Safe? Oh, gerade Gott sei Dank da. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Ist etwas nicht in Ordnung? Vita! Mortis! Ja! Ja! Vita! Mortis! Ja! Super! Sag, was du von mir willst. Sofort! Klar! Moment! Stink! Erstmal müssen diese Feist nicht noch und weg, weil die haben ja diese Aura. Auf in den Sieg! Auf in den Sieg! Auf in den Sieg! Okay, jetzt ist sie gestorben. Das ist nicht so gut. Wie kann ich helfen? Einverstanden! Okay, jetzt geht wir dann doch lieber mit etwas mehr... ...Schmackes ran. Ich bin nicht nur auf in den Sieg. Was für einverstanden! ...No! Wir haben keine Handlung! Wir haben keine Handlung! Wir haben keine Handlung! Wir haben keine Handlung! So, okay. Jetzt sind wir so angeschlagen, dass es keinen Sinn hat zu heilen. Wir rasten. Ja, und diese HG-Patrouille, die uns jetzt hier aufgelauert hat, glatt. So, jetzt sind wir nicht mehr erschöpft, sind geheilt. Ja, vorwärts. Das ist garantiert wieder ein Schutzring plus zwei. Und das ist ein... Wow, ein Infravisionsring. Der ist so hilfreich, der Infravisionsring. Okay. ich tue es